Hallihallo und herzlich willkommen. Heute möchte ich euch The Empty vorstellen. So, das war erstmal ein beschissener Start. Also insofern ist es mit dem Diamanten hier in der Mitte in dem Würfel so lange auszuweichen, wie wir können, um relativ viele Punkte zu holen und einen fetten Highscore hinzuklatschen. So, also hier so müsste halt ausweichen. Oh yeah, das war ja nicht so verkehrt ausgekommen. Yes, yes. Ah. Was haben wir, was haben wir? Oh, 10. Okay. Probieren wir gleich nochmal. Ja, wie soll ich denn da ausweichen, ey? So, gehen wir gleich nochmal auf Restart und checken das gleich nochmal ab. Na, jetzt hat ich ja nicht durchgesehen. Jetzt hat er auf jeden Fall diese Werbung hier geht mir auf dem Zeiger. Also ja, eine Wende dürfte natürlich auch nicht kommen. Yo, der war bis jetzt ja nicht so verkehrt. Oh, Alter. Nein, wie viel haben wir? Wie viel haben wir? Yo, 11. Richtig geil. Wir haben einen neuen Rekord am Start, aber probieren es trotzdem nochmal, würde ich sagen. Gucken, ob wir es nochmal toppen können. Oh, oh, oh. Alter, enge Teil. Gut, auf jeden Fall haben wir das Ding mit eingesammelten Score von 8 haben wir. Dann checken wir es einfach nochmal ab und gucken, wie gesagt, ob wir es nochmal toppen können. Aber es wird relativ schwierig werden. Oh. Nein, jetzt wollte ich das Teil haben. Hätte ich bloß hier wartet. Gut, wie gesagt, jetzt haben wir nochmal ein Ölweih gehabt, aber nochmal checken wir es ab und gucken, ob wir uns nochmal verbessern können. Na so, auf keinen Fall. Mann, diese Werbung. Hau doch mal rein, ey. Auf jeden Fall braucht er hier so ein bisschen Gefühl in den Finger, sonst wird es auf jeden Fall nichts. Ah. Gut, haben wir wieder 11. Gucken, ob wir, wie gesagt, noch einmal toppen können. Wäre extrem Weltklasse, aber so wird es natürlich nichts. Ihr dürft doch nicht so ruckartig zocken, weil die Wahl dann verkackt. Ja, ganz relativ schnell. Oh, der war knapp. Ah, jetzt. Das ist echt schwer. Ihr könnt ja mal, wie gesagt, in den Kommentaren schreiben, was ihr für einen Rekord habt. Ich habe einen Rekord von 11. Zurzeit muss den auf jeden Fall nochmal ausbauen. Möchte den auf jeden Fall selber nochmal verbessern. Wäre auf jeden Fall richtig cool. Gucken, ob wir es irgendwie noch packen. Bis jetzt sieht es ja nicht so verkehrt aus. Alter, jetzt rotierte Teil noch. Cool, wir haben einen neuen Rekord von 13. Richtig geil. Gut, wie gesagt, wir sind auch durch für heute. Ich hoffe, euch hat es hier gefallen. Ich wünsche euch was. Bis dann. Ciao.